Mein Name ist Sascha Rabe und es gibt eine Methode der Mitarbeitergewinnung im Finanzvertrieb. Und die ist so ein bisschen wie Spaghetti an die Wand werfen. Einige bleiben kleben. Und wenn du solche Vertriebe kennst und das eher unangenehm findest, dann kann lass dir gesagt sein, wir machen das völlig anders. Wir machen es so, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, unser Business kennenzulernen. Wir geben jedem die Chance, uns kennenzulernen, hinter die Kulissen zu schauen. Aber diejenigen, die Berater werden, die wählen wir genau aus. Und da kommt es ganz viel auf den Charakter an. Da nehmen wir uns sehr, sehr viel Zeit füreinander und wir werfen keine Spaghetti an die Wand. Und wenn du in einem solchen Umfeld arbeiten willst und einen tollen Beruf in einer tollen Branche kennenlernen möchtest, dann schreib mich an, dann ruf mich an.